Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem schönen Walde. Fiederallala, 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 Fiederallala. Dieses Fiederallala. Es ist irgendwie ekelnd mich, das auszusprechen. Und dann kann ich einfach nicht aufhören, das zu sagen. Die Österreicher machen einfach die besten Weißweine. Das ist einfach so. Und tolle Filme auch. Hanecker zum Beispiel, Seidel, wenn ich sowas hinkriegen könnte. Hättest du mich eigentlich auch geheiratet, wenn ich eine Tätowierung hätte? Wenn es eine Stelle wäre, wo man es nicht sieht. Was für eine Stelle sollen das sein? Zum Beispiel zwischen den Pobacken. Dein Freund ist echt krass eklig. Warum fährst du eigentlich hier im Bus mit uns Asos? Hey! Sag mal, ist alles gut? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, dass es in Deutschland keinerlei Vorbilder gibt. Keine Comicfiguren, wie zum Beispiel Mickey Mouse. Etwas, mit dem sich alle identifizieren. Fix und Foxy sind doch deutsch. Jetzt kommt wieder die Maschine. Na, ihr Spaßmus? Ready for the KZ-Besuch? Ich hasse Deutschland. So, wenn du so, ich fixier? Ich bin ich fixier. Ja, du bist ich. Sagst du schon mal ich, zweimal ich in einem Satz. Merkst du das eigentlich? Und das Austreten nicht vergessen. Das Austreten. Mein Gott, wie ist die deutsche Sprache schön? Glauben Sie an Gott, Claude? Ich wünsch das Gerbein. Ich muss an etwas glauben. Es kann nicht sein, dass wir in einem sinnlosen, toten Universum so vor uns hin leben. Auf einem Bau, mein Kuckuck. Simsalabim, bamba, saladoo, 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 saladoo. Ich wünschw art.